Hallo und mein erster Let's Play. Ich bin der Captain Germany und werde heute ein bisschen spielen. Also das Terraria ist ein ganz kleines Spiel, also auf 2D kann man jedes Spiel und wie ist die Sonne bewegt. Hm, wie mache ich mal? Ich bin auch so peinlich. Irgendwie sollte Röhnchen. Oh, wir sollten mal Augen machen. Oh, der ist tatsächlich dann auch ein bisschen weißer. Ja, so, Kleidung, Hemd. Okay. Ich habe nur ein bisschen den Zeit geguckt. Hm, ich will hier außer... Ja, komm. Schuhe. Männlich, ja. Sof, komm, mach mir auf Medium Chur. Erstellen. Hm, Captain, ups. Germany, akzeptieren. Ja, klar habe ich ein bisschen rumgeguckt, aber Welterschaften. Mitteln. Mitteln. Und schreibt ja mal. Let's Play. Aber wenn ihr mich gefällt, dann Favoriten liken. Und dazu noch als Abo nehmen. Wie wärs. Das dauert immer lange. Unterwelt. X-Raps i7-UM template. look at. X-Raps i8-UM jetzt mal. You love him now? Take the steps into the pyramid. Long Escape. verteilen, nach Fremsfeldern, mache, ich mache einen Schritt nach links, ich mache einen Schritt nach rechts, links, rechts, links, rechts, da kommt der Captain Germany Stein, ich weiß, ich kann nicht singen, der Finger muss ich bingen, aber ich muss besser klingen, also bitte Favorit, dann, ach, wenn sie sich da endlich, let's play, keine Ahnung, wie es gemeint, ich ein bisschen anblinken, das ist meine Schuld, wenn ich mich immer anblinken will, wo sich jetzt immer wir sind, machen wir mal für Sonne, ne, mache ich da unten, wo kommt es raus, da, und willkommen auf meine Terraria-Welt, yippie, yippie, hu, hu, Kupfer, all right Wie Bob, wie heißt du denn? Ich meinte dich. Daniel Düsentrieb. Keine Ahnung ob das Gamer erlaubt ist oder so. Oder Copyright Verletzung. Aber erstens suche ich einen bestimmten guten Platz. Wie ich hier zum Beispiel. Und das geilste Arbeit ist... ...Wackstoff bauen. Ich meinte Baum. Abbauen. Ich hab irgendwie so einen blöden Bug oder so. Dass wenn ich sterbe, man alle meine Sachen verliert. Ist nah rausgekommen oder was? Ich mach mal da Dreck planten. Kannst du noch nicht losgehen? Aber dafür fang ich... Ups. Wackstoff. 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 Das war's. Das Party Ach komm, ich sing ein bisschen Do you have from the party? Ich weiß, ich kann nicht singen, aber es mir schnurrt, egal Ich hol mir ein Werkband und platziere irgendwo auf den Bahn Und hol mir noch zwei Tisch-Türen Dann mach ich drei Uhr breit Du 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 Ich leuchte die Tür ein, na geil Mach da dann so Was haben wir schon denn? Komm, ich hab was, egal Okay, machen wir schon Erstmal den Raum abbauen Gucken auf die Zeit Meins, meins, egal Meins, meins, egal Ah Klar, mit Spinn wem Ich guck Slimey Dann springt ein Slimey What a Slimey 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 Do you from here I can you Junge, wo geht der hin? Holz Folt Das jahres Da hab ich erstmal keinen Bock da runter zu gehen Oh, Holz Wird in einem Hasium gebraucht Ey, wieso gehst du auf ihn drauf? Das mein, das unsere Fall des Jahrhunderts Äh So, das war eigentlich der Ende des Films Äh, let's play Das ist für heute Ein paar Tagen geht es wieder weiter Also sag ich Tschüss Und Adios Amigo